Ja, einen schönen guten Tag nochmal, liebe Zuschauer, zum heutigen GFD Live Trading TV in der Beschau heute hier und jetzt der Dow Jones am 10. Februar, dem Mittwoch. Wir sehen hier wieder die unterschiedlichen Time Frames in der Beschau und wir wollen ganz kurz hier uns auf der rechten oberen Seite dem Dow Jones auf Tagesbasis widmen, den wir hier umlängst schon gecovered hatten, wie immer mal wieder auch die US-Indizes, ob eben S&P, Nasdaq oder in dem Fall jetzt der Dow Jones. Da sahen wir eben hier diese Konsolidierungsbewegung, diese Konsolidierungsphase, die sich hier oberhalb dieses sehr, sehr starken Supports um 17.100 Punkten abspielte. Hier schönes Reversal zuletzt Anfang Februar, dann der starke Anstieg mitsamt Ausbruch über diesen kurzfristigen Abwärtstrend. Hierbei auch zugleich die obere Trendlinie des Abwärtstrendkanals, wie wir sehen und nach dieser starken Kerze hier eben vom 5. Februar ein leichter Rückgang zunächst erwartet. Das ist auch genau das, was wir jetzt aktuell sehen. Das ist wie gesagt hier Tagesschartintervall, eine Kerze, ein Handelstag und von den heutigen Hochs zum Auftakt kommen wir aktuell anständig zurück. Darauf haben wir auch oder darauf verwies auch ein Stück weit die Fuzi-Logik, die wir uns jetzt nochmal kurz anschauen. Hier praktisch die Beschau der heutigen Tendenzen. Nach positiver Eröffnung schien es schon eben so, als würden die US-Indizes, speziell hier der Dow Jones, der S&P eher weniger. Der hatte hier eher nach der Fuzi-Logik eine weiter steigende Tendenz. Wir sehen, die Märkte konsolidieren und wenn wir uns gerade den Dow Jones eben anschauen, dann sehen wir, dass er hier aktuell an einem Level ist, wo es kurzfristig durchaus wieder nach oben gehen könnte. Tendenziell, wie gesagt, heute eher ein Tag und wenn wir jetzt mal hier in der Zeitskala und so weiter zum Abend hin bewegen, deutet hier beim Dow Jones die Fuzi-Logik auf eine fallende Tendenz, beim S&P 500 hingegen auf eine steigende Nährstack eher seitwärts ausgerichtet. Also ein sehr, sehr diffuses Bild, keine klare Richtung hier rein von den statistischen Kennzahlen, von der statistischen Fuzi-Logik. Insofern darf man sich seinen Reim daraus machen und den mache ich mir eben jetzt hier anhand des Dow Jones. Denn das übergeordnete Bild ist hier weiter sehr, sehr politisch, sehr, sehr positiv zu sehen. Konsolidierung auf einem hohen Niveau, Ausbruch, jetzt hier eine leichte Pull-back-Bewegung, die hier immer noch den Drive hat, hier Kursnotierung oberhalb von 18.000 Punkten ins Visier zu nehmen. Wichtig eben, dass wir hier, grob gesprochen, über dem Niveau von 17.670 Punkten bleiben. Das ist jetzt hier das kurzfristige Key-Level. Das wäre auch hier ein Stück weit unterhalb des Tiefs vom Vortag. Hier sollten wir tun, dies nicht runterfallen. Wir werden gleich sehen, es gibt hier noch Sicherheitszonen, aber je tiefer wir hier zurück sinken und speziell das Niveau hier von 17.530 Punkten wäre ein Level, wo man sagt, wenn der Markt eben hier reintaucht, dann auch wieder in den Abwärtstrendkanal sozusagen reinblickt, dann wäre die Gefahr gegeben, dass wir hier dann durchaus nochmals ein Stück weit tiefer bis zur Unterstützung von 17.100 Punkten hier in diesem Bereich zurückkommen. Das muss man als Risiko sehen, insofern wir hier zu tief eintauchen. Aber die Möglichkeit oder diese Option muss sich gar nicht darstellen. Deswegen schauen wir uns jetzt hier diesen Stunden-Shot an zum Dow Jones. Hier in der JFE die 24-Stunden-Indikation. Und sehr schön zu sehen eben, dass wir hier ähnlich wie eben auf Tagesbasis nach diesem jüngsten starken Anstieg hier in der vergangenen Woche eine Konsolidierung sehen. Und jetzt hier nach kurzfristigen Anhaltspunkten haben wir auch hier eine starke Supportzone schon ausfindig machen können, die sich hier im Bereich um 17.730 Punkten befindet. Hier ist auch der EMA-100, diese blaue Linie hier, spielt jetzt sicherlich nicht die Mega-Rolle, aber man hat hier mit diesem Support eine Art Kreuzunterstützung, die, und das ist eben jetzt das Interessante, den Dow Jones, wenn wir hier uns jetzt stabilisieren, im Bereich 17.730 Punkten eben, hier nicht unter das Tief vom 9.2. bei 16.683 fallen, können wir direkt hier einmal eine Art Key-Level-Marke einbauen. 17.100, das war das jetzt gleich, 17.783, exakt 17.683 genau dieses Niveau. Wenn wir hier nicht runterfallen, gerade drei Stunden Schluss sieht das gut aus, und insofern darf der Dow Jones jetzt hier durchaus einen kurzfristigen Abwurf erleben. Vielleicht noch einen kleinen Spike runter, aber dann scheint es hier durchaus so, als würden wir hier nochmal in Richtung Tagesrohrs ziehen können. Gar keine Frage. Kurzfristig sieht das gut aus, ist das eine sehr, sehr schöne Chance, hier den Dow Jones einzufangen, um hier eben nochmal an einem Move zu den Tagesrohrs teilzunehmen. Ob es dann reicht, dass wir hier die Niveaus vom 6. Februar ansteuern, bereich hier knapp 17.930 Punkten, das muss ich erst mal zeigen, ob die Dynamik, ob die Power heute vorhanden ist dafür, aber grundsätzlich ist die Chance hier einer technischen Aufwärtsreaktion durchaus gegeben. Da kann man auch hier noch sehr schön mit einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie herleiten, die dann hier ihren Ursprung beim 5. Februar findet. Also insofern alles sehr, sehr interessant, was sich hier gerade darstellt und wie man den Dow Jones eben hier einfangen könnte. Man muss jetzt sehen, wie die weitere Woche verläuft. Wir haben im Prinzip die Hälfte schon geschafft. Und jetzt darf man eben sehen, ob der Dow Jones, und das ist durchaus wichtig, sich hier eben an diesem entscheidenden Key-Level fangen kann oder nicht. Nicht unterhalb von 17.683 Punkten wäre dann, konträr natürlich zu dieser Long-End-Entwicklung, eher ein Short-Engagement zu befehlen oder zu empfehlen. Short-Engagement natürlich auch nur immer in dem Sinne, deswegen auch hier immer mal wieder eingestreut, der Risiko- und Hinweis, der Haftungsausschluss. Natürlich nur eine Empfehlung, gar keine Handelsanweisung. Jeder muss mit seinem Geld natürlich eigenverantwortlich umgehen. Und hier geht es einfach nur darum, Tendenzen, Möglichkeiten, Chancen hier eben aufzuzeigen, wie man denn hier den Markt covern kann. Keine Handelsanweisung in dem Zusammenhang. Das wissen Sie, dennoch noch mal eingestreut. Insofern bleiben Sie am Ball. Wollen wir doch mal sehen, was der Dow Jones heute noch abliefert. Morgen dann weitere Sendungen, fuß natürlich das JFT-Devisenradar. Und dann zur Mittagszeit hier das große Webinar mit Jochen Stanz, Oliver Bauer und Thomas Herrmann und mir bezüglich des Schweizer Frankens und der Markteruption, die wir hier am 15. Januar gesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie morgen auch dabei sind. Einen Link diesbezüglich werden wir spätestens morgen noch mal im Stream darstellen auf dem JFT-Desktop. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen angenehmen Feierabend. Lassen Sie es gut gehen. Hoffentlich einen guten Handelstag. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bis morgen. Ihr Christian Kemmerer. Tschüss. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bis morgen.